Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall. In der letzten Folge haben wir noch mal für die Königin von Sentinel eine Quest erledigt und jetzt wollten wir mal nach Minisera suchen, die mal nachfragen werden. Und da mal ein bisschen schauen ob wir da vielleicht eine Quest kriegen, vielleicht müssen wir auch ein paar Fragen stellen oder so, die dann irgendwie zur Quest führen. Kommen wir noch mal kurz hier rein. In der Hoffnung, dass hier vielleicht irgendwas bessere schon ist. Woran ich hier aber zweifle, weil wir wahrscheinlich noch nicht passende Level haben. So, da hinten haben wir schon das Schloss. War die hier drin, Minisera? Die Witwe von Dysandos? Ich glaub schon, dass die hier drin war. So, genau. Erstmal hier. Yes. Jetzt geht's auf. War die hier? Die Witwe? War sie die Witwe? Lady Britwell, nein. Die Kinder lassen wir mal in Ruhe. Das ist die Königin Opki? Ne. King Guffred, nein. Wer ist denn das? Are you free for a few days to do me a little favor, Max? I just need something I borrowed through back, eh, borrowed through. Ah, ich meine Englisch! I borrowed proof back to its owner. Nothing too strenuous and you will be 970 gold pieces richer. A tempting offer, eh? Your god. By the wolf, that's the spirit. I have this scarab I borrowed from my good friend Agribel Wickhouse. A priest in the temple of Cunaret, of singing Redeemer of Cunaret. It's somewhat of a rush to get it back to him. He needs it in 34 days, so please do hurry. Thank you for this, Max. Okay, aber ich suche die Minisera, die hier irgendwo sein sollte. So, Barbana Mooring of Daggerfall has sent me to bring a scarab to a priest and singing Redeemer of Cunaret. A saturn man in a blue coat named Agribel Wickhouse. I find the temple of Cunaret if I get there in. So, okay, singing Redeemer. Muss ich vielleicht Tempels suchen, hier? Cunaret. So, müsste hier irgendwo sein. Gibt's sehr viel. Sing Redeemer auch Cunaret. Muss ich hin? Alter. So, okay, dann suchen mal. Ne? People? Ehm, singing Redeemer of a saturn man in a blue coat named Agribel Wickhouse. If I get... Ja, dann muss es wahrscheinlich hier drin sein. Der Typ hier, oder? Nein? Der? Nein? Ah! Oh, good, my scarab bag. Thank you, Max. But there seems to be something stuck in it. Oh, I see. This stone. Would you be good enough to bring this pebble over to Barbana Mooring's friend, Morgana Copperton, over at the Bucking Smith residence in Fearful Saul of Cunaret? I believe she has your gold, but you better hurry. Morgana Copperton runs out of patience if she she has to wait longer than 34 days. In... Up in the next temple. Okay. So. Ehm, Fearful Soul of Cunaret. Fearful... Nein? Find... Soul of... Fearful Soul of Cunaret. Da muss ich hin. Alter, noch mal eine Weltreise. Von einem Arsch der Welt zum nächsten Arsch der Welt. Wahrscheinlich auch da drin, ne? In dem Tempel. So. Und wahrscheinlich auch da hinten. Nope. So. Hier rappt leicht. Auch nicht. Da hat jetzt jemand vor, Jagd auf mich zu machen. Okay. Wo muss ich genau hin? The Bucking Smith residence. Ah, okay. Guter Herr. I don't know, don't care. I don't want to talk to any anymore. Goodbye. Da will mir keiner helfen. So. Ehm, Begriff und hier. Toll. Hier will keiner helfen. So. Let's let me... Ah, danke. Wenigstens einer ist das da hinten. So. Und hier drin. Ja. I'm happy to see you, Max. Okay, er ist es nicht. Hier, sie. Ah, gut. Jade ist es. Ehm, Jade ist es. Ehm, die Toad. Fine work. Max, here is your 970 Gold for your speed and silence. Okay, jetzt aber zurück nach Daggerfall. Ähm, da. Komm, noch ein bisschen. So. So. 14 und 53 ist es. Regnere. Und nochmal in den Palast rein. Oh, es gewittert sogar. So, wo haben wir jetzt den Palast? Da hinten. Aber jetzt ehrlich, wo ist Minisera nochmal? Wir müssen ja mit der Quest irgendwie weiterkommen, vorankommen. Mit der Hauptstory. So. Gehen wir hier jetzt nochmal rein. Okay. Warte schon mal mit dem. Yes. Wer von denen? Wer ist denn das? Why would I help a complete Minisera? Und wer ist denn das jetzt? Und wer ist denn das? Und wer ist denn das jetzt? Wir machen einmal kurz so. Ja, okay. Hier können wir auch nicht einfach so rein. Das ist mehr hartlich device above your clear remarks. Okay. Darf ich hier rein? Hey, if I told you I could give you a bit of information, let's say, about that letter of my lady, would you be interested there, Max? I thought so. No, mind you, I ain't given it away before I scratch your bag. Okay. You gotta scratch mine? Deal? Okay. My name is Syndasa Daggerfall. I will tell you everything I know, but I don't need to remind you that there ain't no such thing as free info do. Do I, Max? I am just a second? I am just a maid to her highness, nothing but a flag to the world. And my needs ain't big. I need this werewolf done in, done in. I know just where it is. Some cunaref forsook how called Tristor Laboratory, off the coast over Betany Way. I can't tell you why, but it's important to me that that werewolf gets put out of its misery. I will wait here for 142 days for you. That oughta be plenty of time. Is das die Hauptquist? Keiner attackiert mich? Okay, warte mal. So, Syndasa, the serving maid of Pinopki, of Daggerfall, has sent me to slay a werewolf hold up to Tristor Laboratory in Betany. For some reason. She can only pay me an information and has a promise to reveal what she knows of the Emperor's letter. I have 142 days to do this. Tristor Laboratory in Betany. In Betany. Wo haben wir Betany? So, wo ist Betany? So, wo ist Betany? Das führt mich aber auf jeden Fall der Hauptquist weiter. Wo haben wir Betany? Wo ist Betany? Ah, Betany auf dieser Insel. Ähm, Dunfeind. Warte mal. Ich bin ja die Dungeon. Neuzuns. Aktivieren. Hier. Hier. Crystal Laboratory. Da. So. Ok. Dann einmal hier. Save Gamet out die 4. So. Zicken wir unser Schwert. Hier muss ein Werwolf getötet werden. Wahrscheinlich in dem Baum ist irgendein Eingang. tatsächlich hier im baum ist ein eingang machen wir hier noch mal ein save game auf die zwei das führt mit dem wo kommst du denn her dass mich erschrocken aber wir kommen jetzt ein bisschen weiter was hauptwest angeht weil die jetzt informationen hat hier ist noch ein deadrof mit 770 gold ich höre hier ein werbeeren irgendwo oh na das war es mit dem jeden fall hier ist niemand werbeer das ist ein werbeer oder der eber so dann gehen wir mal da hin erst mal die taschen schön voll machen hier levertauer schild brauchen wir nicht aber wir können es verkaufen ja genau so also hier können wir noch nicht resten seinen wegen weil ich hier bestimmte hier waren wir auch noch gar nicht in dem bereich da haben wir ein wir haben da irgendwas eingesammelt hier letter west aber es ist nicht so cool dass erนะ dass er ja ich sehe man hier kann's dir das schluss du hast ihn du hast von den 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 von Zeus' roten Novels at the Daggerfall Court. Somewhere hier. Brief History of the Empire Part 3. So, wie gehen wir da hin? Ja, genau. So. Aha. Aber wir müssen noch einmal kurz zurück. Jo. Den machen wir auch noch kalt. Einmal kurz die Taschen leeren. Hier sind viele Dead Raws. Nur mal so angemerkt. Und hier können wir unseren Loot nochmal genau hier einmal wieder weg tun. Das kann weg. Hier haben wir nichts. Hier haben wir noch viel. Und hier haben wir noch ein bisschen was. Und Gold können wir auch. 4, 3, 4 und die 7. haben wir erst mal alles eingelagert. Jetzt will ich den Bereich aber erkunden. Ah, wieder da oben. Lassen wir das mal so. 4, 4, 4, 4, 410. So, geht kaputt. Alter, wo geht's hier alles hin? Alter, wo geht's hier alles hin? Ich hab dir geholfen, ja. Ich hab dir geholfen, ja. Gibt's hier noch mehr Tiefe? Hier ist noch eine Tür, die wir dran vorbeigeladen sind. So, jetzt bin ich aber gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ja, ja, du mich auch. So, dein Scheiß nehmen wir auch noch mit. Achso. Yo. Das ganze Leben weg. Alter, erschreck mich. Die ziehen wir schon mal an. Dann haben wir schon mal eine etwas bessere Rüstung. Einmal kurz, bis wir wieder geheilt sind. Yo, ich trinke mal eben noch mal einen Schluck. Und dann gehen wir jetzt hier mal weiter. Wenn wir jetzt schon Orkische Rüstung kriegen, nice. So eine Mischung aus schwarz, grün, gel... Warte, wie sehen wir aus? Rot, schwarz, schwarz, blau, gold und grün. Wir sind, wir sind ein bunter Pudel. Fast. Wie gesagt, hier auch noch mal ein Safe Game auf die zwei. Einen Brief haben wir ja schon. Hier werden wir noch ein bisschen länger beschäftigt sein. Gehe ich mal von aus. So. Ja. Das... Das wird ein Riesen-Ihrgarten hier. Vor allem, hier geht's auch noch weiter. Okay, doch nicht. Nicht viel auf jeden Fall. So, dann noch mal hier nach oben. Ne, nach unten. Und wieder neuer Bereich. Wir haben so viele Gänge hier ausgelassen jetzt. Alter, wie riesig ist denn das hier? Wir gehen jetzt mal runter. So. Wir müssen gleich definitiv wieder zurück. Juhu! Zweifel. Alter, zwei Deadrocks. Wir haben keinen Platz mehr mit dem Tag. Ich gehe einmal wieder komplett zurück. Taschen leeren. Hier nicht. Also hier lang. Wo ging's noch mal zurück? Hier lang. Und hier nicht. Sondern da lang. Alter. Wir werden noch alles hier durchkämmen. Keine Sorge. Wir werden hier auch einige noch draufgehen. Sterben. Auch keine Sorge. Nicht alle über uns. Aber wir werden hier noch einiges finden. Auf jeden Fall. Genau. Dann hier lang. Dann müssen wir hier noch mal zurück. Glaube ich hier lang. Oder? Alter, wie weit? Soomen wir immer raus. Und hier waren wir. So. Alles einmal removen. So. Das kann weg. Das kann weg. Ach so. Ne doch nicht. Ebony ist ja. Das ist 17. Das ist 19. Okay. Also Orkisch besser als Ebony. Einmal vielleicht kurz resten. Nochmal hier ist Save Game. Und schauen wir mal. Wo haben wir was vergessen? Da ging's ja nicht weit. Wir bleiben erstmal unten. Gab's da unten noch irgendwas, was wir vergessen haben? In dem Weg? Ja. Gibt's noch einiges, was wir vergessen haben. Also gehen wir da nochmal hin. Autsch. Da war ich jetzt selber schuld. So. Dann geradeaus. Fangen wir mal hier an. Erst wenn wir den Bezirk hier abgeschlossen haben, gehen wir in den nächsten Bezirk. Ah, okay. Durch den Bezirk. Alles klar. Dann gehen wir jetzt nochmal kurz zurück. Die sind miteinander verbunden. Das ist gut. Was fehlt denn noch? Wo bin ich jetzt? Der zoomt ja immer so weit raus. Der zoomt automatisch immer so weit raus. Runter gehen wir noch nicht. Wir gehen erstmal hier rein. Wo kommst du denn her? So, nochmal kurz bis. So, was fehlt denn hier? Da hinten der Gang. Die Treppe oben waren wir schon. Da unten ist niemand. Das sieht wichtig aus. Boah, bitte hab auch hier noch irgendwas Gutes legendäres. Nein, hat er nicht. Aber das, das sieht so aus, als müssten wir hier rein. So. Nope. Da ist nichts. Okay, dann noch einmal hier runter. Äh, hoch. Ne, nicht hoch. Irgendwo runter mussten wir. Oben waren wir schon. Da hinten müssen wir runter. Hier unten waren wir noch gar nicht. Na, Deadresh oder Orkash haben die nicht. Charry. Auch noch nichts und dergleichen. Ah. Die nehmen wir alle auf jeden Fall mit. So, wie sieht es jetzt aus mit Level? 66%. So, der hat nichts. Pure Water. Hier gibt es auch nichts, ne? Nicht mal eine Geheimtür. Äh, appela, die Richtung. Ja, dann können wir wieder hoch. Und wo fehlt uns noch hier was? In dem Bereich gar nichts mehr. Auch unten. Das heißt, dann können wir wieder hier weiter. Äh, ist das dieser Weg hier? Nein, das ist dieser Weg. Hier waren wir anscheinend schon. So, und dann hier hin. Komm, wir fangen hier an. Der hat nichts. Die hat auch nichts Besonderes. Okay, hier geht es jetzt nur noch nach oben. Ah, okay. Hier kommen wir genau da an, wo wir die ganze Zeit gerade waren. Dann fehlt uns eigentlich nur noch der Weg hier runter. In dem Bereich. Da wäre es dann einfach nur die hier hochgehen. Und dann, ouch. Und dann hier runter. War es doch, oder? Jo. Das war's. Nein. Okay, der hat den eigentlich hier gekillt gehabt. Jetzt müssen wir aber einmal komplett wieder hoch. So. Was haben wir hier Schönes? Wir müssen jetzt zum Ausgang noch einmal zurück. Unsere Taschen sind voll. Können wir alles nie mehr mitnehmen. Sonst gibt's hier nicht. Äh? Was haben wir? Ach, ne. Okay, den Weg. So. Ach so. Das war die Abkürzung nach ganz unten. Ja, egal. Wir müssen jetzt einmal den Weg nach Dachan wieder zurückfinden. Ach so. Wir können einfach hier rein. Und dann müssten wir hier rein. Dann geradeaus durch. Also, da wären wir. Einmal alles removeen. In den Wagen rein. Ja, und das war aber auch viel gerade. Und Gold haben wir wieder. 4.170. 4, 1, 7, 0. Wie viel Gold haben wir jetzt insgesamt hier verdient? Wo haben wir das? Wo ist noch Gold hin? Wo ist unser Gold? Da. 8.500 haben wir an Gold. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir hier mal weiter. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Ich bin's, euer Max Deus. 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 Untertitelung des ZDF, 2020